Auch die prominenten Schwörerhauskunden und neuen Markenbotschafter Moderator Tore Schölermann und seine Verlobte, Schauspielerin Jana Kilka, waren zur Eröffnung anwesend. Am Erlebnistag war die Flying Space Produktionshalle dann zum ersten Mal auch für Besucher geöffnet. Im Außenbereich standen zudem zwei fertige Module, die besichtigt werden konnten. Die Flying Spaces erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, weswegen die neue Produktionshalle auch dringend nötig wurde.